Du musst jetzt das aufheben, was sie da auch geschissen haben, das müssen wir zerkleinern. Könntest du es bitte noch mal machen? Wieso, ich bin ja dabei. Das muss ein Staubsauger gerecht werden. Der Mike weiß nicht, wie man das entsorgen muss. Weil der Mike hat nur Staubsaugerbeutel entsorgen. Kathi, nimm die Nacht, sterb noch nicht, weil du kriegst da einen Staubsaugerbeutel ein, so wie ich dein Herrle kenn. Nein, bleib noch eine Weile bei uns. Du bist ein Wig. Ja, aber er hat eine hellste Freude, wenn er seinen Staubsauger benutzt. Eben, Mike, hat mir einen Staubsauger zu Weihnachten. Nein, das ist die, ey. An Dyson. Nein, da kann man keine Pumpe auslernen. Nein, die sind Arsch. Schlicht und ergreifend Arsch. Soll ich euch noch zwei Scheren holen? Ihr könnt jetzt mal mithelfen. Nein, machen wir nicht. Geht's? Ich packe da, weil ich hab das. Okay, genau. Ja, ich möchte lesen. Studieren. Das ist anstrengend, feiner. Okay. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann packen sie doch heute aus. Aber wenn sie nicht schärfen und so ein Schnipseln ist bei mir schon sehr riskant, ne? Wollt ihr eben aus? Weil? Ist ja ein Pflasch drin da ne? Ja. Schlein, Beutel, Handtaschen, Lieb. Ah, das wird interessant. Sag ja, das hat sie mir erzählt, oder? Und zwar die wasch Erwachsenen-Kotten-Erwachsenen.